hey wieder mal an alle brav fans ja ich gebe ich jetzt ein kurzes update an dem body was ich mir vor ungefähr drei monaten gekauft habe erst eben auf dem camper der racing classic modell von bayer natürlich und da ich in wyoming einen berger ausgebildet habe also nicht zum berger racing sondern ich habe ihn wieder hergerichtet ja habe ich mir gedacht dass ich ihn eben repainter und ja das ist er jetzt mein kleiner teddy erst endlich fertig ich werde euch dann noch am ende des videos bilder vom echten pferd verlinken oder wie heißt das wenn man einfügen einfügen und ja so sieht er aus mein teddy ich bin ziemlich stolz ich habe mein bestes gegeben ich bin nicht die beste im repainten aber mein gott er ist ja nur für mich und ja das ist mein kleiner teddy ach ja und die also das auspack video verlinke ich euch auch unten wo ich ihn eben als body bekommen habe dass ihr halt auch einen unterschied sehen können von vorher und nachher ja das war's eigentlich schon wieder von mir also danke fürs anschauen und noch frohe wahrnachten ja 2 Untertitelung des ZDF, 2020